Die DHV-News vom 18. November 2022 Holecek wirbt in Brüssel für Ablehnung Will Lauterbach aufgeben, wenn die EU Nein sagt? Herzlich willkommen bei den DHV-News. Wir werden in dieser Ausgabe unter anderem der Frage nachgehen, ob die Legalisierung in einem schwarzen Loch in Brüssel verschwunden ist. Aber bevor es so aufregend wird, habe ich noch ein paar Vorbemerkungen und Nachtragungen von den letzten News, die wir so hatten. Da sind noch ein paar neue Infos aufgeschlagen. Dann fangen wir erst mal an, dass das nicht gleich von Anfang an so aufregend ist. Und die Vorbemerkung geht schon mal ganz locker liberal los. Und zwar haben wir auch mal was leaken wollen. Und haben jetzt die Eckpunkte der FDP-Bundestagsfraktion geleakt. Jedenfalls haben wir einiges daraus zitiert. Die sind ja nicht veröffentlicht worden. Aber es gab auch schon mal einen Zeitungsartikel über diese Eckpunkte der FDP-Fraktion. Wir haben die also auch vorliegen, leakigerweise. Und haben in einem Artikel auf der DHV-Seite da die interessantesten Stellen euch mal vorgestellt und rausgesucht. Schaut euch also mal an. Es gibt nicht viel zu meckern unsererseits tatsächlich. Das liberale Papier ist recht liberal. Und ja, der einzige Problem ist natürlich am Ende dann der Minister, Verkehrsminister Wissing, der keine Lust hat, Verkehrsminister zu sein. Jedenfalls nicht für Cannabiskonsumenten. Seine Fraktion will auf jeden Fall in den Eckpunkten Grenzwerte festlegen, wo er selber sagt, oh nö, soll die Rechtsprechung machen. Da steht er ziemlich alleine mit da. Ansonsten, ja, solides Papier. Schaut mal rein. Und wir werden da an der einen oder anderen Stelle sicherlich immer mal wieder darauf zurückkommen, auf diesen Artikel, auf diese Eckpunkte, wenn es darum geht, welche Bundestagsfraktion irgendein bestimmtes Detail der Legalisierung wie einschätzt. Noch so ein Thema habe ich eigentlich gar keine Lust zu, irgendwie jedes Jahr darauf einzugehen. Bundeslagebild Rauschgift oder früher hieß es immer Rauschgift Lagebericht. Vom Bundeskriminalamt. Schon deswegen irgendwie öde, weil die Zahlen schon immer bekannt sind aus der polizeilichen Kriminalstatistik, die ein paar Monate früher veröffentlicht wird. Steht also gar nicht so furchtbar viel Neues drin. Aber steht eben immer in der Zeitung. Und von daher, ja, wollte ich euch mal darauf aufmerksam machen, dass es mal wieder soweit war, dass dieses Ding vorgestellt wurde. Und es zeigt eben auch, dass es mit dem Paradigmenwechsel noch nicht so furchtbar weit gekommen ist, weil eben dieser Lagebericht immer noch Rauschgift heißt. Also maximal eviliges Wort, ja, super gruselig zum Abgrenzen von entspanntem Biergenuss. Ja, aber eben Rauschgift auf der anderen Seite, ja, für die illegalen Substanzen. Als wären die alle giftig, ja. Ja, das ist ja gar nicht zwingend so, wie Alkohol giftig ist. Auf jeden Fall ist das ein bisschen Öl, aber ich rede trotzdem drüber. Und zwar wird gewarnt jedes Mal, ja. Also wird immer furchtbar gewarnt aus den Reihen des Bundeskriminalamts, wie doll kriminelle Strukturen dahinter stecken und so weiter. Was ja logisch ist, wenn ich das verbiete und auf den Schwarzmarkt verdränge. Klar nutzen dann kriminelle Strukturen diesen Markt oder bedienen den. Ja, und Blinert nutzt das eben mal wieder, um den Paradigmenwechsel auszurufen. Ja, viel was anderes sagt er da nicht dazu, anstatt den Namen mal zu ändern von dem Bericht. Das wäre wirklich mal ein Paradigmenwechsel, dass man sagt, ja, Drogen oder meinetwegen Rauschmittel oder so, ja. Oder psychoaktive Substanzen und am besten gleich Alkohol mit rein. Aber nee, so weit kommen wir dann doch nicht. Was immerhin ein Thema ist, ist die Zahl der Drogentoten. Die ist in der polizeilichen Kriminalstatistik so nicht drin. Ist also eher dann quasi das Medienfeature für diesen Rauschgift-Lagebericht. Deswegen gehe ich da nochmal drauf ein. Und es wird auch da jedes Mal ein Riesen-Tam-Tam drum gemacht, ja. Ob das jetzt 100 Tote mehr oder weniger sind, dann ist es entweder ein Alarmzeichen, ja. Es sind ein paar Tote mehr gewesen, deswegen müssen wir jetzt uns noch mehr anstrengen, noch mehr Repressionen oder was auch immer, ja. Oder wenn es 100 Tote weniger sind, dann wird das als der große Erfolg der Drogenpolitik betrachtet, mit den vergangenen Präventionsmaßnahmen und so. Dabei schwankt das überhaupt nicht, ja. Ich meine, klar, jeder Tote ist einer zu viel. Das wäre schön, wenn man die alle vermeiden könnte. Aber seit ich denken kann, ja. Ich gucke mir das seit 20 Jahren an und die Zahl der Drogentoten lag fast immer bei tausend paar Zerquetschte. Dieses Jahr waren das 1.826 Menschen, die an illegalen Drogen gestorben sind. Und wenn ich dann daran denke, dass jedes Jahr über 100.000 Menschen an Zigaretten sterben und über 70.000 an den Folgen von Alkoholkonsum, dann kommt mir das ganz einfach krass verlogen vor und ich habe ja gar keine Lust darüber zu berichten wieder, ja. Oder immer wieder zumindest zu sagen dann dazu, 100 Mal mehr Leute sterben an den beiden legalen Drogen, Alkohol und Tabak, als an allen illegalen Drogen zusammen. Das ist eigentlich die Message, die dieser Jahresbericht für mich immer wieder bringt und was für ein total Ungleichgewicht da besteht quasi in der Drogenpolitik. Vollkommen unkonsistent und unlogisch. Wer mehr wissen will, ja, ich habe euch das ganze Ding verlinkt in der Videobeschreibung, Pressemitteilung des BKA und von Burkhard Plinert. Da ist auch der Bericht selbst zu finden. Wer ein bisschen in den Zahlen rumwühlen will, wie viel von was beschlagnahmt worden ist und so weiter, kann sich da mal umschauen. Noch ein Nachtrag, und zwar zu den US-Mitterms. Da hat man ja hier ja schon berichtet über die Erfolge, die da stattgefunden haben, was Cannabis angeht, nämlich Missouri und Maryland haben per Volksentscheid parallel zu den Midterms Cannabis legalisiert. Wunderbar. Jetzt gibt es noch zwei neue Infos. Und zwar ist die eine jetzt klar, dass die Demokraten das Haus verloren haben, das Repräsentantenhaus. Sie haben zwar den Senat verteidigt mit einer PAD-Situation, wo am Ende die Vorsitzende Kamala Harris entscheiden kann. Also da haben sie so knapp irgendwie die Oberhand behalten. Aber eben das Haus auf Representatives verloren. Und damit ist die Legalisierung in den USA auf Bundesebene in den nächsten zwei Jahren sehr viel unwahrscheinlicher geworden. Also gibt es überhaupt keine Anzeichen dafür, dass die Republikaner da die Legalisierung jetzt durchlassen im Haus. Und das ist besonders bitter, weil das Haus hat schon zweimal die Legalisierung beschlossen, jedenfalls in dem Sinne, dass man das Verbot auf Bundesebene, was da immer noch generell eigentlich gilt, aufheben will und den Staaten überlassen will einfach, ob sie legalisieren oder nicht. Faktisch ist das ja irgendwie auch schon so, weil man das nochmal so klar macht und eben auch von Bundesebene aus auch keinerlei Repressionsmaßnahmen eben mehr macht. Die wollten aber, die Demokraten wollten aber im Senat eine große Lösung, eine Komplettregulierung, so wie hier. Und haben dann immer, ja, kommt in zwei Monaten, das Gesetz, der Entwurf und so weiter, kam aber nie und haben sie verdödelt irgendwie. Und jetzt ist es vorbei. Jetzt haben sie das Haus verloren und jetzt passiert da nichts mehr. Ziemlich frustrierend. Also da haben wir ja noch gute Chancen vor den USA Cannabis zu legalisieren. Die haben gerade, ja, dumm gewählt und die Chance verloren. Da sieht es also nicht gut aus, was das angeht. Was aber noch kommen könnte, ja, wo die Republikaner wahrscheinlich auch mitmachen werden auf die eine oder andere Weise, ist der Banking Act. Dass man also nicht auf Bundesebene den Banken mehr verbietet, mit Cannabis-Unternehmen zusammenzuarbeiten, sodass sie dann endlich mal ein Konto eröffnen können und ihre Zahlungen online machen können und so weiter. Per Banküberweisung und jetzt nicht irgendwie mit dem Geldtransporter andauernd zum Finanzamt fahren müssen und so. Da kann man was machen, denke ich. Aber ja, Legalisierung ist deutlich nach hinten gerückt durch dieses Wahlergebnis. Und noch ein Nachtrag. Da war auch noch ein Volksentscheid in Colorado, wo jetzt die Stimmen erst ausgezählt sind. Das war also bisher nicht klar. Das Ergebnis war ganz knapp. Und zwar ist es positiv ausgegangen in Sachen Drogenpolitik. Nämlich eine Entkriminalisierung hat stattgefunden in Colorado von Halluzinogenen, pflanzliche Halluzinogene. Und zwar ganz konkret ist die persönliche Nutzung, Besitz und auch Anbau von 21-Jährigen und aufwärts von DMT, Ibogain, Mescalin. Also zum Beispiel, was man eben aus den Kakteen kennt, Psilocybin und Psilocin, was man aus den Pilzen kennt, die Zauberpilze. Die sind jetzt also legal zu konsumieren. Die Konsumenten sind entkriminalisiert und die dürfen auch selbst anbauen. Also das ist wirklich schon ziemlich weitgehend. Das ist revolutionär. Eben auch über den Tellerrand des Hanfers mal hinaus. Da merkt man, dass eben doch Drogenpolitik in den USA jetzt anfängt, doch auch ein bisschen weitere Kreise zu ziehen. Und was da auch noch mit drin steckt, ist die Einführung eines Systems zur medizinischen Nutzung dieser Substanzen. Da sollen also therapeutische Zentren entstehen, wo eben auch medizinisches Psilocybin sozusagen verkauft werden kann und darf. Zumindest eben auch nach ärztlicher Anweisung und so weiter. Und das ist schon ein Riesenfortschritt. Wobei in diesen Zentren erstmal nur die Zauberpilzwirkstoffe eine Rolle spielen sollen. Psilocybin, Psilocin und die anderen genannten DMT und Mescalin und so weiter in ein paar Jahren möglicherweise dazukommen. Und auch hier wieder die Löschung sämtlicher Einträge beim Polizeicomputer und so weiter. Amnestie für Pilzverbrecher. Die werden also jetzt aus den Akten gelöscht. Super Ding. Auch in dem Zusammenhang macht natürlich Prohibition wenig Sinn. Und Colorado hat das verstanden. Ist der zweite Start jetzt allerdings schon nach Oregon. Die haben sowas ähnliches per Volksabstimmung ebenfalls eingeführt. So, jetzt kommen wir zurück nach Deutschland und zu zwei schlechten Nachrichten für Patienten. Ich habe die letzte Woche schon angekündigt, diese beiden Nachrichten. Da hatte ich nicht mehr die Zeit, mich damit vernünftig zu befassen. Das erste ist ein Urteil des Bundessozialgerichtes zur Frage, wann gesetzliche Krankenkassen Cannabis als Medizin bezahlen müssen. Im Grunde sind ja auch die groben Kriterien soweit klar. Also die müssen austherapiert sein, die Leute alle möglichen anderen Medikamente schon genommen haben. Und die Erkrankung muss schwerwiegend sein. Und was jetzt genau schwerwiegend ist, das hat dieses Gericht konkreter definiert. Und zwar sagen die, also das muss sich stark von durchschnittlichen Erkrankungen abheben. Es kommt darauf an, dass eben Schmerzen, Funktionsstörungen so weit gehen, dass sie eine deutliche Beeinträchtigung zum Beispiel beim Erwerbsleben, bei der Selbstversorgung insgesamt mit sich bringen oder teilnehmen am gesellschaftlichen Leben. Wir haben auch gesagt, also ein Behindertengrad von 50 Prozent aufwärts reicht in der Regel sozusagen, um eine schwerwiegende Erkrankung zu definieren. Man muss aber das nicht offiziell mit Schwerbehindertenausweis jetzt quasi bescheinigt haben, sondern eine ähnliche gravierende Erkrankung reicht auch ohne diesen Ausweis aus. Und es ist auch darunter jetzt eine Verordnung von Cannabis nicht ausgeschlossen. Aber da ist so eine Marke, die das Gericht dann eben als klare Grenze definiert. Ab da ist auf jeden Fall eine Erstattung möglich bei dem Kriterium schwerwiegende Erkrankung. Und das Gericht hat auch gesagt, mehrere leichtere Erkrankungen, die in Summe vergleichbare Beeinträchtigungen mit sich bringen, sind auch schwerwiegend genug, um eben die Verschreibung von Cannabis zu rechtfertigen. Was positiv ist, ist, dass bisheriger Cannabiskonsum oder auch eine Abhängigkeit von Cannabis kein automatisches Ausschlusskriterium sein kann für die Verschreibung von Cannabis, da gab es auch immer wieder Streit drum, dass die Kassen dann eben bei gewohnten Konsumenten sozusagen das abgelehnt haben, Cannabis zu verschreiben. Das dürfen wir jetzt ohne weiteres nicht mehr. Es bleibt aber dabei, dass vorher die anderen Medikamente ausprobiert werden müssen, diese Austherapiertheit. Und die Ärzte müssen dafür besonders sorgfältig erklären und dokumentieren, warum jetzt dieser Patient Cannabis erhalten soll. Zum Beispiel müssen sie das Behandlungsziel genau beschreiben. Und wenn das alles dann da ist, ja, also alles haarklein, futzerlich begründet, dann dürfen die Kassen nur noch prüfen, ob die Begründung vollständig und nachvollziehbar ist. Also nur mal grob drüber gucken, ja, macht irgendwie einigermaßen plausibel Sinn. Wenn das so ist, dann dürfen die Kassen die Versorgung nicht mehr ablehnen. Klingt erstmal nach einer Stärkung der Therapiehoheit, sodass Ärzte und Patienten jetzt mehr selbst entscheiden können, ob jetzt Cannabis genutzt werden kann und von der Kasse bezahlt werden soll. Aber da fragt sich natürlich irgendwie dann, wie jetzt definiert ist, ob das Ganze vollständig und nachvollziehbar ist. Dann werden sich halt darum die Prozesse drehen. Ja, dann sagen halt die Kassen ja, ist nicht nachvollziehbar aus dem und dem Grund. Und dann haben wir genau dieselbe Situation wie vorher. Von daher bin ich da skeptisch, was diesen Fortschritt angeht. Unterm Strich denke ich, dass das Ganze eher eine Verschärfung für Patienten ist als eine Verbesserung. Auch deswegen, weil der ganze ausgerufende Papierkram jetzt nochmal betont wurde, was die Ärzte da alles begründen und machen und tun müssen, nur mit 15,08 Euro abgerechnet werden kann. Ja, also das ist ein Arzt, das stundenlang am Rumschreiben, warum der Patient jetzt da unbedingt das braucht und warum der austherapiert ist und bla bla und kriegt dann 15 Euro dafür. Ja, welcher Arzt macht das denn? Das ist ja wirklich lächerlich. Das Ganze gilt nur, wenn Cannabis von der Krankenkasse erstattet werden soll, kann man nicht oft genug sagen, für Selbstzahler muss weder eine schwerwiegende Erkrankung vorhanden sein, sondern tut einfach eine Erkrankung, wo Cannabis einigermaßen wahrscheinlich eine Linderung bringt. Es muss auch keine Austherapiertheit vorliegen. Der Arzt muss den ganzen Massen auf dem Papierkram so nicht ausfüllen. Ja, kann einfach relativ locker Cannabis verschreiben. Aber dann muss man eben selbst zahlen. Und letztendlich gibt es auch immer noch viele Ärzte, die das Ganze komplett ablehnen und auch unter diesen Bedingungen kein Cannabis verschreiben wollen. Jedenfalls diese leichteren Verschreibungsmöglichkeiten für Selbstzahler bringen auch eine gewisse soziale Schieflage da rein. Ja, wer es sich leisten kann, kommt leichter ran an Cannabis. Wer nicht, der nicht. Also da ist der Gesetzgeber gefragt im Prinzip, da vernünftige Regeln zu schaffen und eben mehr Möglichkeiten den Ärzten und Patienten zu überlassen, eben die Therapie auszuwählen. Der zweite Punkt, den ich letzte Woche schon angeteasert habe, ist der gemeinsame Bundesausschuss, der jetzt ein Verfahren begonnen hat für die Richtlinien von Verschreibungen für Cannabis. Der GBA ist ein Gremium von Vertretern aus Krankenkassen und Ärzteverbänden und die haben in vielen Fällen die Entscheidung darüber, welche Leistungen erstattet werden sollen von den gesetzlichen Krankenkassen wieder und welche nicht. Die entscheiden das nicht ganz alleine. Die müssen das dem Gesundheitsministerium noch vorliegen, was sie dann da vorschlagen. Und das Ministerium kann da auch ein Veto einlegen und sagen, nee, machen wir irgendwie anders und so. Aber das ist jetzt mal die vorbereitende Instanz dieser gemeinsamen Bundesausschuss. Und die haben eben jetzt einen Konsultationsprozess begonnen. Heißt, sie haben um Stellungnahmen gebeten an alle möglichen Fachverbände und so weiter. Nicht den Handverband übrigens, aber ein Haufen andere. Und sie haben verschiedene Varianten vorgeschlagen. Da sind durchaus auch welche bei, die nicht schlecht sind. Arzt und Patienten mehr Spielraum lassen als bisher. Thema hatten wir ja vorher gerade. Aber es gibt auch eine Vorlage, die eher düster aussieht für Patienten. Das Schlimmste, was da dann drinsteht, als eine potenzielle Möglichkeit, was durchkommen könnte, dass die normalen Hausärzte Cannabis nicht mehr verschreiben können. Nur noch Fachärzte. Das wäre wirklich der Hammer für Tausende von Patienten, die bisher von ihren Hausärzten Cannabis verschrieben bekommen. Die müssten einen steinigsten Facharzt finden, was ja auch nicht so einfach ist in allen Fällen. Oder sie würden eben den Zugang zu Cannabis als Medizin verlieren. Das wäre natürlich wirklich übel. Und was auch ziemlich negativ ist, in dieser härteren Variante sozusagen, dass die Blüten ein bisschen aus dem Spiegel drängt werden sollen und nachrangig nach Extrakten verschrieben werden dürfen. Nach wahrscheinlich 100 Seiten Begründung des Arztes. Warum die Blüten und nicht die Extrakte? Also es gibt schon reichlich Proteste dagegen von den einstiegigen Verbänden, vom ACM zum Beispiel oder vom Branchenverband BVCW und vielen anderen. Ja, ich gehe also davon aus, dass diese scharfe Variante den Konsultationsprozess nicht überstehen wird. Und wenn doch, dann eben auch nicht die Prüfung durch das BMG, also Gesundheitsministerium. Die Politik kann sich das eigentlich nicht erlauben, sowas durchgehen zu lassen. Dass die Krankenkassen selber Interesse daran haben, möglichst wenig Cannabis zu bezahlen, ist ja irgendwie logisch. Aber die Ampelfraktionen haben alle versichert, dass sie auch beim Thema Cannabis als Medizin Fortschritte machen wollen. Die kennen alle die Krankenkassenproblematik, wollen eigentlich an diesen Genehmigungsvorbehalt ran. Aber da ist bis jetzt nichts passiert. Da ist nichts vorwärts gegangen. Und insofern, dass jetzt ein Rückschritt auch noch irgendwie durchgeht, ist ein No-Go für die Politik. Das kann ich mir nicht vorstellen, dass sie das durchgehen lassen. Da bin ich also einigermaßen zuversichtlich, dass das so nicht kommen wird. So, Niedersachsen nochmal kurz. Da hat man hier berichtet, da war ja letztens die Landtagswahl und die Koalition hat sich gebildet und so weiter. Und die haben im Koalitionsvertrag drinstehen, dass sie Cannabiskonsumenten entkriminalisieren wollen. Also Strafverfahren wegen geringer Mengen einstellen wollen, viel konsequenter als bisher. Und ja, wir haben jetzt nochmal für die Regierungsbildung abgewartet, die Ernennung der Minister und so weiter. Das passiert und haben sofort jetzt einen Brief reingeworfen sozusagen in Niedersachsen. Und haben das Justizministerium darum gebeten, da schnell zu machen einerseits. Ja, das pressiert ja bei den vielen Strafanzeigen, die die ganze Zeit passieren. Und haben auch Vorschläge gemacht, wie das gehen kann. Nämlich eben Anhebung der geringen Menge, bis zu der die Strafverfahren eingestellt werden können. Und viel konsequenter auch bei Wiederholungstätern und so weiter im Prinzip in jedem Fall einstellen, wenn es um Eigenverbrauch geht. Das könnt ihr euch angucken auf der Homepage. Wie immer habe ich den Link in die Videobeschreibung gepackt. Die neue Justizministerin Katrin Wahlmann, die wir da angeschrieben haben, von der SPD, ist leider keine Befürworterin der Legalisierung. Kein großer Fan davon. Das hat sich dann kurz nachdem wir den Brief abgeschickt haben, haben wir da die Nachricht dazu gesehen. Trotzdem hoffen wir natürlich, dass sie sich an den Koalitionsvertrag hält. Gegen Entkriminalisierung der Konsumenten hat sie vielleicht auch weniger als gegen die komplette Legalisierung. Keine Ahnung. So oder so steht im Vertrag. Sollen sie machen, sollen sie schnell machen, damit das irgendwie Sinn macht. Und nochmal Gratulation an Niedersachsen für diese Entscheidung überhaupt. Weil alle anderen Bundesländer haben bisher auf diese Forderung nicht reagiert. Wir haben sie alle angeschrieben gehabt vor der Sommerpause. Manche haben abgelehnt, manche haben nicht geantwortet. Kein Land hat bisher gehandelt, weil ja klar ist, dass mindestens ein Jahr lang noch diese ganze Massenverfolgung von Cannabiskonsumenten weitergehen wird. Sollen die Länder also doch bitteschön im Rahmen ihrer Möglichkeiten zumindest mal vorwärts gehen. Niedersachsen hat das vor und ich hoffe auch mit dieser Justizministerin. Alles Weitere auf der DRV-Seite. So, jetzt kommt das ganze EU-Gedöns. Ja, ist die Legalisierung verschwunden in Brüssel? Ja, das ist die große Frage. Totale Verwirrung, ob überhaupt ein offizielles Schreiben in Brüssel angekommen ist. Nochmal, was bisher geschah. Ja, es geht ja nicht um einen Gesetzentwurf. Den gibt es noch nicht. Sondern Eckpunkte der Regierung wurden vorgelegt, wie die sich die Legalisierung vorstellen. Und es ist schon länger klar, EU-Recht könnte da ein Showstopper sein, könnte das Ganze ausbremsen, weil es verstößt gegen EU-Recht möglicherweise. Und Deutschland hat sich entschieden für die Interpretationslösung, dass sie sagen, okay, EU-Recht will Förderung von der Gesundheit von Konsumenten und Kriminalität bekämpfen. Das macht unser Gesetz. Das ist der Kern der Drogengesetze auch auf EU-Ebene der Richtlinien. Also denken wir, dass das vereinbar ist. Aber sie wollen halt mal die EU-Kommission fragen, wie die das sieht, ob das auch für die okay ist oder nicht. Weil eben ansonsten hinten raus möglicherweise ein Ende des Prozesses droht, wenn die EU dann wirklich dran ist, mit drauf gucken. Das ist kein offizielles Verfahren. Das gibt es für einen Gesetzentwurf, das heißt dann Notifikationsverfahren mit bestimmten Fristen auch, bis wann die EU-Kommission reagieren muss und sagen muss, ob das mit den EU-Regeln vereinbar ist oder nicht. Hier geht es um eine lockere Nachfrage, wo nur die Eckpunkte der Regierung hingeschickt wurden, werden sollten, wie auch immer, wo man von der Kommission mal ein Signal will, was die so denken, ob das passt oder nicht. Nur, ob dieses Schreiben überhaupt angekommen ist, ist halt vollkommen unklar. Es gibt keinerlei Bestätigung offiziell, dass irgendein Schreiben von der deutschen Regierung eingegangen ist. Da haben einige Medien nachgefragt, zum Beispiel LTEU, Legal Tribune Online, hat nachgefragt und hat da explizit die Antwort bekommen, dass kein Draft eingegangen sei. Wobei Draft heißt dann aber eben Entwurf, wo man denken könnte, okay, mein Gesetzentwurf ist nicht eingegangen. Was so der normale Vorgang wäre, dass eben ein Gesetzentwurf eingereicht wird. Vielleicht hat es schon eine Vorschau auf die Antwort im Sinne von, das ist kein offizielles Verfahren, wenn die uns hier irgendwelche Eckpunkte schicken. Da sollen wir uns mit in Ruhe lassen. Auf jeden Fall haben die jetzt nicht gesagt, dass gar keine Post eingegangen ist, sondern dass kein Draft eingegangen ist. Haben auch nicht gesagt, es ist überhaupt irgendwas eingegangen. Wir haben ein paar Mal nachgefragt, uns wurde auch bisher immer gesagt, es ist nichts eingegangen bisher. Das ist komplett absurd, weil gleichzeitig natürlich uns von anderen versichert wird, dass es schon Gespräche gibt über die Eckpunkte und so weiter. Auch zwischen Ministerium und EU-Kommission. Und auch Carmen Weger hat mehrfach betont, sie könnte das nicht bestätigen, die Eckpunkte wären da. Und auch sie war ja zuletzt in Brüssel, hat sich da unterhalten mit den Zuständigen und hat eben gesagt, die haben das. Wobei sie nicht konkret gefragt hat, scheinbar ist da ein offizieller Brief aus Deutschland eingegangen, sondern sie hat im Chat da mal locker auf Instagram, im Live-Chat irgendwie gesagt, die hätten ein Papier vor der Nase liegen gehabt und sich mit ihr drüber unterhalten. Aber das kann ja auch sein, dass die einfach die Eckpunkte auch mal ausgedruckt haben aus dem Internet, nach der Vorstellung der deutschen Regierung, nachdem klar war, die wollen die EU-Kommission damit adressieren, nachdem tausend Medien angefragt haben bei denen, was ist da los, was haltet ihr davon. Ja klar, haben die da Papier vor sich liegen, ja, aber ob das offiziell da eingegangen ist, hat also auch Weger letztendlich nicht bestätigt. Also nicht 100% klar bis heute, ob überhaupt irgendwas eingegangen ist da. Insbesondere eben ein Begleitbrief zu den Eckpunkten, der sagt, unsere Interpretation der EU-Richtlinien ist so und so, ja, und darauf hätten wir gerne eine Antwort. Das wäre also im Prinzip so eine Art Schreiben, was jetzt da notwendigerweise sein müsste, damit die Kommission überhaupt irgendwie einen Anlass hat zu reagieren. Wir sind gespannt, wann wir dann endlich mal rausfinden, dass wirklich da irgendein Schreiben vorliegt. Wir sind selber da am Hinterher telefonieren und haben bis jetzt keine vernünftige Antwort gekriegt. Faszinierender, undurchsichtiger Vorgang. Wobei ja auch die EU-Kommission völlig verwirrt. Das ist kein vorgesehenes Verfahren und die fragen sich jetzt alle, was wollen die überhaupt von uns? Ja, aber das haben wir noch nie so gemacht, da jetzt so ein Verfahren, sind ja auch nur Beamte, die müssen ja machen, was sie immer gemacht haben und so und jetzt ist da alles total wirr. Lauterbach wirkt sozusagen fern. Alles sind verwirrt. Wir haben aber auf jeden Fall auch schon mal abgeschickt an die EU-Kommission, beziehungsweise nicht wir direkt, sondern haben uns beteiligt an einer gemeinsamen Initiative von vielen größeren Cannabis-Unternehmen, Konzernen und so weiter und so fort. Aber eben auch Handverband, die die Kommission auffordern, diese deutsche Bitte oder Umprüfung wohlwollend sich anzugucken. Ja, Cannabis-Egalisierung macht Sinn. Lass die Staaten doch mal ausprobieren. Irgendwie steht dem nicht im Weg. Ungefähr so. Ja, das war der Tenor in der ganzen Angelegenheit. Haben wir gerne mitgemacht. Ist abgeschickt worden. Ja, kann ich bestätigen auf jeden Fall. Aber dass es da angekommen ist, habe ich jetzt auch noch nicht gehört. Vielleicht ist das wirklich ein Schwarzloch da. Auch das findet ihr auf der Homepage des DHV, was das für ein Brief da ist. So, und jetzt ist noch jemand dahin gefahren. Ja, alles pilgert jetzt nach Brüssel. Ein Herr Huleczek, der Gesundheitsminister von Bayern, CSU, ist auch nach Brüssel gefahren, hat auch mit der EU-Kommission über die Cannabis-Legalisierung gesprochen und davor gewarnt, dass das ganz furchtbar ist und dass Deutschland auf dem Irrweg ist und dass das auf jeden Fall gegen EU-Recht verstößt und die EU-Kommission möge doch bitte das Ganze endlich beenden und ein Nein antworten an die deutsche Regierung. Ja, sehr rührig. Der Bayerische Gesundheitsminister, der meldet sich fast jede Woche zu Wort zu dem Thema, wie schrecklich das wäre mit der ganzen Legalisierung und so. Die haben sogar eine extra Pressemitteilung rausgegeben zu dem Vorgang vom Bayerischen Gesundheitsministerium, wo sie eben sagen auch, sie würden alles dagegen tun, gegen die Legalisierung, alles um die Legalisierung zu verhindern. Da steht auch nicht konkret Bundesrat drin, das hat bis jetzt noch kein CDUler gemacht, aber alles tun auch auf Bundesebene, nicht nur bei der EU, um die Legalisierung zu verhindern. Das riecht schon sehr nach Bundesrat und dass sie da nicht vorhaben, der Legalisierung zuzustimmen. Das ist auch groß durch die Medien gegangen, das Ganze, die CSU gegen die Bundesregierung sozusagen in Brüssel. Beispiele dafür in der Videobeschreibung, da könnt ihr euch nochmal angucken, wie das in Medien rübergekommen ist. Und nochmal der Hinweis auch hin, Bayern sind nächstes Jahr Landtagswahlen. Geht hin, stoppt die CDU, CSU in dem Fall, ja, christlich-soziale Union. Ja, was jetzt an der Aktion christlich und was sozial daran sein soll, weiß ich auch nicht. Also guck mal, vielleicht schafft man es ja doch auch in Bayern mal andere politische Verhältnisse hinzukriegen, wo dann keiner mehr irrlichternd durch Europa läuft und vor der Legalisierung warnt. So, Lauterbach, das ist jetzt die große Frage, was hat er vor, der Mann? Ja, also das war schon, als die Eckpunkte vorgestellt wurden, 26.10. bei der Pressekonferenz, nicht ganz klar. Ja, ich hatte ihn so verstanden, wenn ein Nein aus Brüssel kommt, dann ist das für ihn erledigt mit der Legalisierung. Ja, dann können die anderen vielleicht noch einen Plan B mit Entkriminalisierung zusammenkratzen, aber Legalisierung ist dann erledigt, wobei er gesagt hat, auf dieser Grundlage macht er das dann nicht. Und viele haben das wohlwollend interpretiert im Sinne von, naja, dann wird die EU halt irgendwie ein paar kleine Änderungsvorschläge machen und dann wird halt die Grundlage etwas verändert und dann kommt trotzdem Legalisierung. Aber ich dachte, das wird er nicht so gemeint haben, weil die, wenn überhaupt eine Antwort kommt von der EU, ja eher jetzt grundsätzlich, die Antwort kommt ja, Legalisierung kann man machen, also legaler Handel, ja, oder kann man nicht machen, ja, und nicht jetzt auf irgendwelche Details eingehen. Bei Lanz hat er sich auch zu dem Thema geäußert, das zeigen wir euch mal hier. Und wenn das nicht machbar ist, wenn wir es so nicht bekommen, also wenn das zum Beispiel von der Europäischen Kommission so nicht zugelassen wird, sondern es wird dann plötzlich sagen, es kann nur, dann bin ich nicht mehr derjenige, der das Gesetz macht. Ja, das war sehr lauter bachisch. Wir haben mal eine Spracherkennungssoftware gefragt, was er da gesagt hat. Und die meint, wenn wir es so nicht bekommen, also wenn das zum Beispiel von der Europäischen Kommission so nicht zugelassen wird, sondern es wird dann plötzlich, es kann was, dann bin ich nicht mehr derjenige, das Gesetz macht. Also, ja, habt ihr auch nicht verstanden. Es geht aber auch klarer und, ja, ich habe das jetzt nochmal gefunden, das war sogar schon bei der Vorstellung der Eckpunkte in der Pressemitteilung des Gesundheitsministeriums klarer beschrieben. Da stand nämlich drin, ein Gesetzentwurf soll deshalb erst dann erarbeitet und vorgelegt werden, wenn die Vorprüfung ergibt, dass die geplanten Maßnahmen zur kontrollierten Cannabisabgabe rechtlich umsetzbar sind. Also, Lauterbach hat nicht vor, vor der Entscheidung der EU-Kommission irgendwas vorzulegen, einen Gesetzentwurf, und nach der Erklärung, die ich gerade vorgelesen habe, hat er noch nicht mal vor, daran zu arbeiten, ja, in diesem Entwurf, solange die EU nicht gesagt hat, ja, go. So, das ist schon eine harte Nummer, und er hat das zumindest diese Woche im Kölner Stadtanzeiger nochmal bekräftigt, dass er das ganze Legalisierungsprojekt fallen lassen will, einfach so, ja, wenn eben aus Brüssel jetzt kein Go kommt. Auch da liegt es nochmal kurz vor, Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach will die Legalisierung von Cannabis nicht ohne die Zustimmung der Europäischen Union forcieren. Wenn es ein klares Nein gäbe, werden wir den Fehler, der bei der Autobahnmaut für Pkw gemacht wurde, mit Sicherheit nicht wiederholen. Wir spielen mit offenen Karten und erklären offen, was wir vorhaben. Wenn die EU Nein sagt, dann ist das so, erklärte Lauterbach. Ja, also ist das halt so, ja, wenn die Nein sagen, ja, dann ist es vorbei. Also das wird wahrscheinlich dann auch nicht das letzte Wort sein, weil praktisch alle Ampelvertreter, drogenpolitischen Sprecher und so weiter sehen das anders im Bundestag. Die wollen einen Gesetzentwurf sehen und das macht auch Sinn, weil damit kann man dann ja überhaupt erst in dieses offizielle Notifizierungsverfahren reingehen, wenn der dann mal fertig diskutiert ist und so weiter. Das dauert ja sowieso dann noch eine Weile, bis der Gesetzentwurf da ist und man hat dann Zeit gewonnen, bis das Gesetz dann irgendwann verabschiedet ist. Und mit der EU zu verhandeln, mit den Nachbarstaaten zu verhandeln und so weiter, ja, da muss man halt jetzt dann einfach eine Initiative starten. Das wäre sowieso das allererste, was ich dann machen würde, wenn die EU jetzt erstmal Nein signalisiert. Da muss man halt eine massive Kampagne fahren, in der EU diese EU-Regeln zu ändern. Ja, wenn das dann so sein sollte, dass wir hier nicht keiner ein bisschen gasieren können wegen der EU, dann muss man halt was ändern in der EU. Ja, und nicht einfach sagen, ja, dann sind es halt vorbei. Ja, so lauterbachisch. Das geht überhaupt gar nicht klar. Ich meine, Deutschland ist nicht irgendein EU-Land. Wir sind das größte EU-Land und zahlen am meisten und so weiter. Ja, da kommen sie auch immer mit an, wenn irgendwas anderes ist, was Deutschland nicht passt und versuchen da irgendwie ihr Zeug durchzusetzen. Und bei Legalisierung sagt Lauti dann einfach so, ja, nö, 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 nö. Das kann nicht angehen irgendwie und ich denke, das werden auch die Parlamentarier so nicht mitmachen. Trotzdem wird das Ganze natürlich schwieriger, wenn der Minister nicht im Boot ist. Also ich meine, Lauterbach ist in unserem Boot, ja, aber der rudert eben nicht. Ja, der muss mal anfangen irgendwie zu rudern, der Kollege. Vielleicht noch kurz zu dem Vergleich mit dem Maut-Debakel. Ich habe das hier schon mal gesagt, ich höre das aber auch immer wieder und ärgere mich, dass Lauterbach selber damit ankommt, ja, dass man den Fehler bei der Pkw-Maut nicht wiederholen will. Pkw-Maut war ein Riesendesaster, weil Verkehrsminister Scheuer, bevor er die Sache mit der EU geklärt hat, Verträge unterschrieben hat mit den Konzernen, die die Maut-Infrastruktur aufbauen sollten, bevor klar war, ob das richtig geht. Und dann haben die Milliarden an Entschädigungszahlungen eingefordert. Ja, das war sauteuer, das Ganze irgendwie, weil eben Scheuer gedacht hat, das passiert schon, kommt schon mit der EU. Ja, und hat dann im Prinzip die Ablehnung gekriegt. Aber Lauterbach unterschreibt keine Verträge mit der Cannabisindustrie für die Lieferung von 400 Tonnen Gras, bevor nicht das irgendwie alles klar ist. Ja, das ist also überhaupt nicht vergleichbar. Das wird solche Kosten nicht verursachen, sondern Schlimmste, was passieren kann, ist, dass die EU am Ende den Gesetzentwurf kassiert und sagt, ja, geht nicht. Ja, wirklich im offiziellen Notifizierungsverfahren. Ja, dann ist das halt so, ja, die haben doch gerade Leute eingestellt, um das Gesetz irgendwie auf die Reihe zu kriegen. Ja, da vergeben sich auch nichts. Ja, das können sie ja mal machen. Dann hat man halt den Entwurf dann da. Ja, falls das irgendwie noch scheitern sollte, für zwei Jahre später, wenn die Bahn frei ist oder so, ja, kann nicht schaden, wenn man mal dabei ist. Auf jeden Fall, Kost hat keine Milliarden wie die PKW-Maut, ja. Herr Lauterbach, hören Sie mal auf mit dem Vergleich, das passt überhaupt nicht dazu. Wahrscheinlicher ist eigentlich, also wir denken jedenfalls die meisten, ich denke auch ein Ticken wahrscheinlicher, als das jetzt da ein klares Ja oder Nein kommt, wird die Antwort sein, da können wir jetzt gar nichts zu sagen. Tu mal einen Gesetzentwurf her, das ist das offizielle Verfahren, ja, hau ab mit deinen Eckpunkten. Das könnte im Prinzip jetzt relativ flott die Antwort sein. Das wäre jedenfalls auch ganz praktisch, dann können wir aber auch weitermachen. Diese komische Idee mit dem Vorherklären irgendwie, ja, hätte sich dann erledigt und dann würde einfach ganz normal weiterlaufen, das Verfahren, wie es eh schon immer alle so gedacht haben, ja. Der Gesetzentwurf wird vorgelegt und dann geht der ins Notifizierungsverfahren, dann gucken wir dann weiter. Ja, aber, ja, dann ist die Lauterbach-Pause mit aufhören zu arbeiten, wäre dann vorbei. Ja, und das kommt hoffentlich bald. So viel dazu von heute, große Verwirrung, ja, was ist da los mit der Legalisierung in Brüssel, da kein Mensch weiß, ob der Brief überhaupt angekommen ist, ja, das ist alles irgendwie vollkommen irre und wirr, aber es wird sich alles wieder aufklären. Ja, dranbleiben beim Handverband hier, bei den News, vielleicht an der Stelle vor den Terminen sage ich jetzt, abonniert diesen Kanal, drückt die Glocke, damit ihr mitkriegt, wenn der Brief in Brüssel angekommen ist. So, die Termine. In Halle, was Interessantes, das heißt, unsere Ortsgruppe wird jetzt da literarisch und liest aus dem Leben stigmatisierter, kriminalisierter und verfolgter. Repressionsstories, Freitag, 18. November in Halle. Die Gruppe in Thüringen trifft sich auch Freitag, 18. Heute? Düsseldorf. Donnerstag, 22. Podiumsdiskussion. Gras für alle, unter anderem mit Ökonomie-Professor Haukapp. Dienstag, 22. Donnerstag, 24. November. Ein Vortrag in Groß-Gerau. Cannabis wird legalisiert. Wann, wie und warum eigentlich? Der HV-Kollege Florian Rister ist da vor Ort und hält diesen Vortrag. Also geht hin und löchert vielleicht Flo dann anschließend noch mit Fragen und so weiter. Er freut sich, wenn da viele dabei sind. Groß-Gerau, 24. November. In Hamburg trifft sich die Ortsgruppe ebenfalls 24. Und in Karlsruhe online die Gruppe, der HV am 24. November. Würzburg, der HV-Gruppe in Gründung, Freitag, 25. Und Weimar, nochmal Ortsgruppe Thüringen, Sonntag, 27. November. In Marburg, das ist jetzt eine Ausnahme. Hinweis, da trifft sich die HIPF. Das ist eine Studenteninitiative, wo es um psychedelische Substanzen geht, die zu erforschen und so weiter. Also passend zu der Nachricht aus den USA, dass Drogenpolitik jetzt mehr ist als Hanf und auch ein bisschen die Psychedelika sich mal angeguckt werden. Da ist also eine Gruppe in Marburg unterwegs mit dem Thema. Wer sich dafür interessiert, Dienstag, 29. November. Dann trifft sich die Ortsgruppe Chiemgau. Chiemgau, Chiemgau, ich vergesse das immer. Ihr werdet das nie in meinen Kopf reinkriegen, ob das Chiem oder Chiem heißt. Mittwoch, 30. November in Traunstein. Und dann gibt es noch eine Podiumsdiskussion in Schweinfurt über den Fahrplan der Ampelregierung. Jetzt habe ich meine kleinen Notizen nicht dabei. Ich glaube, da war ein MdB mit dabei. Ob er in Wege war, weiß ich nicht genau. Auf jeden Fall ist das auch eine größere Sache. Schweinfurt auf jeden Fall, die sich für Cannabis interessieren. Sollten Sie sich das nochmal angucken im Detail. Freitag, 2. Dezember. Infos auf der DRV-Seite. Link dazu in der Videobeschreibung. Und das war es für heute. Das Ganze mit dem Kanal abonnieren, habe ich jetzt schon mal gesagt gehabt. Und dem Glocke drücken, habe ich auch schon mal gesagt gehabt. Aber irgendwas genau, like dieses Video, hat noch gefehlt. So, und jetzt wünsche ich euch noch einen schönen Tag und einen geruhsamen Abend.